Habe es schon mal erwähnt, dass ich fasse mit Legs zu craften. So, ich mache dir jetzt noch einen Goldblock, weil du Marco bist. Wow, es hat nicht geklappt. Ja stimmt, ich habe recht, nach 500 Versuchen. Doch, Marco? Nach 500 Versuchen hat es endlich funktioniert. Da sind jetzt zwei Goldberg für dich in der Truhe. Und ich mache uns mal Goldnuggets, damit wir uns nach noch getrennt haben. Es hat nach zwei Versuchen geklappt. Bei mir brauchst du ungefähr 10 bis 15 Versuche, aber das ist verkraftet. Ich habe Kies mitgebracht. Finde ich gut. Aber man kann hier nichts abbauen. Deswegen sollten uns die OP-Typen uns OP-Rechte geben, damit wir es abbauen können, was protected ist. Ist das Gold protected? Versuch mal den Baum hier abzubauen. Das geht bei uns nicht. Den hier. Marco. Ja. Ich bin OP, ich kann es machen. Marco ist OP. Ich bin mir extrem sicher, dass du nicht OP bist. Ich bin Overcrow. So schlecht wie du spielst, bist du nicht OP. Ich bin Overcrow. Äh, meine Axt ist einfach weg. Finde ich gut. Willst du meine haben? Ja. Wie geht sowas? Bitte macht der Marco Magie. Ich glaube, du machst das extra, oder? Okay, kriegst du meine Axt wieder? Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Warum hast du meine Sachen weg? Kriege ich dann meine Axt wieder? Äh, warte. Ich nehme mal ein bisschen Kohle und mache ein paar Fackeln, wenn das okay ist. Ja, finde ich gut. Aber Closedawn wäre mir eigentlich lieber. Closedawn, äh, bitte, 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 darfst du hier schon erste Ansprüche stellen? Äh, Closedawn. Ich bräuchte Klaas, ziemlich viel Holz, äh, vorsätzlich Closedawn. Marco. Slash Spawn. Wie sollen wir das umsetzen? Marco, weil, du weißt doch schon, dass du nur ein paar Folgen da bist, oder? Ja, so ist das schon. Ist er nur ein paar Folgen da? Ja. Oh cool, die ist ja Closedawn. Na, schade, kann ich dich abwarten. Ähm. Du willst hier nur loswerden, hab ich recht? Hab ich recht? Hab ich recht? Nein, eigentlich nicht, weil ich nicht ohne ihn aufnehmen will mit dir. Hast du Angst, oder was? Ja, ich hab Angst, dass du mich irgendwie... Ey, wieso greifen mich die verfickten Fickmänner an? Ah! Weil, ja, weil, äh, weil irgendein Posten auf diesen scheiß Server, die angegriffen hat, greifen sie jeden auf den Server. Ey, Moment, warum bist du in der Hölle? Weil ich den Macht der Marco, Makichert und Slash Spawn eingegeben hab. Und ich will Closedawn. Das ist die Closedawn, oder? Nein. Das ist, das ist Cheaten. Okay, dann kommen wir später. Ihr habt mich vorhin angemeckert, wie ein hier Cheater. Ernsthaft. Äh, ja. Marco wusste das nicht. Er ist wie so ein... Er ist wie so ein Kleid, du nicht. Und übrigens, dass er die Zombie-Pickmann angegriffen hat, weil ich. Fick es. Danke. Ich trink mal was, ne? Jo. Tu das, Bursche. Wie solltest du mich eigentlich immer ein Bursche? Weil er jeden Bursche nennt. Ist das lieber? Was? Erknecht. Erknecht, ich hab nen Zombie-Pickmann. Nein, Bursche ist gut. Gut. Das find ich schon mal gut. Marco? Ja. Was ist? Nix, nix, nix. Ich weiß, wo ich mein Haus baue. Wir bauen alle zusammen, eins mit Marco. Nein, ich baue meins hier. Ich zieh bei Marco ein. Ich bin so schnorrahaft. Weil ich Marco auch jetzt schon wieder 64... Äh, nee, zwei 64er Stacks Koppel besorgt hab. Find ich gut. So, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich bin mein Liebes. Äh, Marco, dein Koppel liegt wieder an der Truhe. Danke dir. Äh, Marco, wenn ich dich hier schon grad mit Aufgaben zuspammen kann, äh, wärst du so freundlich mir heute zu holen. Dann brauch ich noch Sand und, äh, Sandstein. Sandstein liegt hier noch vor der Truhe. Wie viel? Drei. Drei. Sorry. Warte. Schon mal ein guter Anfang. Oh, da hinten ist ein Enderman, da hinten ist ein Enderman, da hinten ist ein Enderman. Dafür kriegst du dein Enderman, okay? Au! Junge! Ja, das ist mein Geschlecht, ja. Du brauchst noch ein bisschen, äh, Koppel? Oder reicht das? Äh, grad genügend, schätze ich mal. Also für die erste Etage. Dann, ähm... Ähm... Mit was baut man Sand am schnellsten ab? Schaufel, du Posten. Es nennt sich irgendwie... Es hat irgendwas mit, äh, mit einem rundes Teil obendrauf damit. Äh, bei meinem alten Texturpack war das mal ein Löffel. Das... Da kann ich mich immer noch dran erinnern, das werde ich auch nicht sehen. Ich glaub, die Schaufel ist bisschen verschwenderisch, oder? Ja. Eisenschaufel reicht aus, übrigens. Und ich feite mich hier grad mit Enderman. Der Sackport... Der Typ portet sich die ganze Zeit rum. Ich werde dir jetzt drei Blöcke hoch. Max, Max, Max! Wo bist du? Ich will sehen, wie du verreckst. Äh, Marco hat mir... Marco hat mir grad einen Tipp gegeben. Aha. Drei Blöcke hochbauen, das passt. Und der hat eine Enderperle gedroht. Hüaah! Drei Blöcke hoch! Tut es auch gut. GAME! GAME! HA! Yeah! Ja! So, wenn... Ey... Das... Nein, das... Das ist schon die Zombies umstehen. Ich geh dir wissen, sonst einen holen. Find's gut. Äh Marco? Gerdt ist eine... Nicht du, sonst der andere. Äh, Marco, wenn du dann nachkommst? Du kannst auch noch einen Ofen bauern und daneben setzen. Naja, ich wär's net... Ich muss mal Small Valley, okay? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich schwank nach meinen Entscheidungen, okay? Wacko? Ja, okay. Oh, ich hab ein übelst krasses Gebirge gefunden. Echt? Ja. Ich hab hier so einen übelst krassen Last Player gefunden in den Streettrac-LP. Und ich eine noch übelerin, der heißt Rocks-Saison-LP. Echt? Eher gesagt, die heißen Rocks-Saison-LP. Also einfach den Over-Pro sind. So, ich hab gehört, dieser Server ist so scheiße, ich kann noch nicht meine Eisen craften, ohne zwei Eisen rauszukriegen und vier Eisen in dem scheiß Crafting-Netz. Wo findet man Sandstein? Äh, du baust einfach Sand ab. S-A-N-D. Sand. Ich habe Sand abgebaut. Den kannst du graften zu Sandstein. Äh, Marco, kann das sein, dass du mir noch Fly an hast? Oder er mir noch Fly angemacht hast? Nö. Dir? Du kannst immer noch aktiv sein, aber... Äh, versuch mal auszumachen. Ich kann dir dein Fly nicht ausmachen, das kannst du du ausmachen. Ne, äh, ich... Nein, kann ich nicht. Ich hab nicht die Permission for the Command. Wie heißt das denn, Unfly? Äh, nein, nur Fly, äh, Flurmei. So. So. Wer muss jetzt, Zombie? Ich mag es nicht. Du siehst nicht. So. 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 Ah, wenn ich schon dabei bin. Hier. Äh, nochmals Eisen. Und ich, Marco, ich baue dir gerade Keys ab für deinen schönen Weg. Find ich schon mal... Sehr gute Einstellung, Marco. Also von, äh, von Server-Lags eher geht's, aber... Die Crafting-Lags. Hm. Ja, ich kann doch hier alles craften. Ne, ich bin ja alleine unterwegs gerade. Falls, äh, falls es dir immer noch nicht aufgefallen ist. Nö. Hab ich dir nicht gesagt, dass ich jetzt ein Blitzmerker bin? Nein. Da hinten ist schon wieder ein Enderman, ich hol mir mal einen Kürbis. Ich will auch einen Kürbis. Krieg's keinen. Ich kann gar anpflanzen, die Kürbisse, das ist gar nicht mal so schlecht. Äh, Kürbisse würde ich, ähm... Aneinanderstellen, Kürbis-Kerne. Äh, äh, umwandeln. Äh, ja, ich, äh, um mich drum sind gerade drei Endermänner. Ich hab keinen Bock, dass irgendeiner davon nicht angreift. Ja. Oder behalte dich erstmal, bis du hier bist, nachher verlegst du dich noch. Mir ist eigentlich... Ja, ich... Ich weiß nicht, ob du verreckst oder nicht, ne? Fick. Fick. Und dich. Achso, ne, ey. Hä, auf einmal hab ich zwei Kürbisse, what the fuck? Ich hab... Jetzt kann man sagen, ich bin ein Bug-User. Ja, das bleibt bei mir auch so. Daran freust du dich nicht lange, vertrau mir. Ähm... Komm, lass das Inventar weg. Ach, jetzt ist es weg. Jetzt ist sogar der Kürbis weg. Wenn man auf Kuh drückt, dann ist das auch irgendwie kein Wunder. Und Marco, ich hab dir Sand mitgebracht. Nein, ich drück' noch nicht mehr auf Kuh, Marco. Woll dir mal hier Sandsteine? Das ist gut. Äh, wow. Wie viel? 4 Euro, oder? Ja. Ja, also du hast hier ein bisschen Sand, das gibt 8 Sandsteine. Wieviel brauchst du ungefähr? Äh, soviel, um die ganzen restlichen Felder hier drin aufzufallen. Reichen dir 11 Sandsteine? Äh, nein. Hast du noch Glas? Brauchst du noch Glas, eher gesagt. Ihhh, keine Ahnung. Wer ist noch nicht? Ja, ja, eigentlich schon. Warte, du brauchst noch Kies, oder nicht? Ich guck mal, ob ich Fallscharn kriege. Nö, ich krieg keinen Fallscharn. Ich hab dich grad mit Kies zugeworfen. Äh, ich glaub, die, äh, Admins von dem Server haben Fallscharn ausgemacht. Ja. Und die Intelligenz glaubst du auch. Ja. Ah, ich brauche einen Salz! Ah! Hm? Ich wollte nur Sand haben. Okay. Äh, ich brauch nochmal ein bisschen Eisen. Schaufen. Ja, ja, ja. Gute Sache. Gute Sache. So, äh. Ich hab schon Pfeil gefunden, wenn ich's gelernt habe. Wow, ein Pfeil. Ich hab, ich hab zwei Pfeile. Ich hab schon zwei Pfeile. No, no, no. Wir brauchen mal ein bisschen Holz. Ich glaub wir brauchen mal ne Axt. Sub, 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 sub. Ok. Wir brauchen trotzdem noch mehr. Marco? Der Sand reicht nicht. Und, äh, dee, dee... Masseh, ah, 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 ah. Äh, 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 PEP, PEP, PEP. Nooo. K Junge ein. Warte, können wir mal eine kleine Pause machen, Eben? Wieso? Ach so, äh, warte, kurz, das trifft sich grad gut, ich muss nämlich kurz aus dem Anruf raus, also, äh, nee, warte, Marco. Okay, ciao, dann bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder, nach ner kleinen Pause, und die Götter und jetzt leckst du mal mit mir. Schöne Pause. Ja, stirbt schon mal wieder fast, unser Marco? Ja, Marco, du sollst nicht sterben. Schrebe. Warum hast du hier erst auf ne Eisentür gemacht? Natürlich, Zombies ist ja. Ah. Intelligent, der Bursche, intelligent. Äh, Zombies können nur auf Hard- oder Hardcore, äh, Dings zerschlagen. Ja, mir haben die auch schon, äh, so ziemlich, mir zerschlagen die immer die Türen. Ja, sollen das, oh, ich mag Rebel nicht. Einfach, pass auf, pass auf, ich hab ne Idee, wir setzen stattdessen TNT und ne Redstone-Leitung hin, okay? Nein. Nein, das ist einfach nur. Äh, wir können auch Samt benutzen. Ne, warte mal, äh, den Weg kannst du gerne aus, äh, Gravel lassen, aber die Treppenstufen nicht. Ja, okay, Treppenstufen tendiere ich ja meistens sowieso zu Cleanstonen, also. Ne, ich tendiere meistens zu Treppen. Treppen sind so nubig. Ich mein, wir benutzen schon heute zwei Treppen. Alter, Marco. Die ganzen Meter hochzuspringen bei jedem Schritt ist doch viel geiler. Nein. Marco, ähm, Marco. Nicht du, der andere. Wir müssen auf jeden Fall einen anderen Server suchen, Alter. Das geht gar nicht. Genau. Also, ich hab das gesehen, ey, keine Ahnung, der Minecraft mag dich einfach nicht. Und dann solltest du mal versuchen, deine Einstellungen runterzuschrauben. Das ist bei mir auch so, Marco, ist bei mir auch so. Gamer-Consumer. Stell-Roll-Einstell-Porter, bei mir leckt's überhaupt nicht, das werdet ihr ja sehen. Ja, ja, ja. Oder so gut wie gar nicht. Ja, als ob. Ich hab nur Crafting-Lags und die sind ziemlich... Ja, das mein' ich ja. Das versteht Marco grad nicht. Ja, ich hab keine Crafting-Lags. Marco, du fährst die hin und lag ihn gleich scheiße. Ja, stimmt. So, äh. Marco, ähm, du sollst eigentlich wissen, dass ich unbelehrbar bin. Äh, also. Ja, Marco, merk dir eins. Schlau. Du? Wer hat... Wer hat blau und schlau gelöst? Wer hat blau und schlau gelöst? Ah, bitte fang nicht an zu singen. Wer hat blau und schlau gelöst? Das war ich doch hier. Yay! Also, ich will jetzt schon mal ne Axt bauen und, äh, ja. Ich nehm' natürlich Baumstämme dafür, wie es sich gehört. So, äh. Dä, 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 dä. Oh, älter. Oh, ich hab's noch so... Jungs, ich muss aufgrund vermehrten Swams mal kurz den Anruf halten, okay? Also, äh, äh, hier, äh, ja. So lange du wieder... Nein! Oh Mann, schon wieder verbaut. Aha. Mit einer Axt baue ich noch eine zweite Spitzhacke, toll. Ja, Marco baut jetzt, äh, glaube ich, den Weg, äh, zu meinem Haus. Von unserem zu deinem, oder wie? Ja. Und wo ist da eins? Äh, quer durch den Wald. Ah, ich baue den Markus Haus einfach weiter und ich muss das... Marco hat, äh, Marco hat gerade, äh, geschrieben, es tut mir leid. Deswegen.